Es ist Dienstag, der 18. August. Ich bin hier in Stralsund. Ich stehe zwar gleich für den RE auf der falschen Seite, aber ich möchte das so zwischen den Häusern haben. Wahrscheinlich holt mir später noch einen ICE in die richtige Richtung. Das ist hier also die Fotostelle etwas weiter an der Strecke, die ich wollte. Den Twindex RE5 habe ich jetzt leider nicht mehr ganz an der Fotostelle erreicht. Auch nur durch den Sprint überhaupt. Naja, nichtsdestotrotz war das ja ganz okay. Und hier muss ich gucken, dass ich mich irgendwie hier meine Position erhöht kriege mit dem ganzen Gestrüpp. wenn ich mich welche mache. und hier mit dem Menschen runtergefallen, Ich spure die Wurzeln aus der Windelwelt. Jungs in der Windelwelt. Die Windelwelt. Ich will das, dass ihr jetzt hier los ausgerichtet gemacht habt. Die Windelwelt. Ich muss das hier alles oben auf einmal auflegen. Die Windelwelt ist sehr gut. Sollte WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR